Hallo und herzlich willkommen. Die Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor große Teile unseres Lebens und hat starke Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung im Land. Doch was genau bedeutet das eigentlich für den Immobilienmarkt in Deutschland? Und wie entwickeln sich die Preise in Zeiten von Corona für Wohnimmobilien? Haben sich vielleicht auch neue Trends ergeben? Über diese und viele weitere Fragen spreche ich heute mit Kai Enders, Vorstandsmitglied der England Völkers AG. Herzlich willkommen, Herr Enders. Guten Tag, Frau Israel. Am Anfang wurde in der Immobilienbranche mit einer Corona-Flaute gerechnet. Wie hat sich der Markt denn nun tatsächlich in den letzten Monaten entwickelt? Corona hat auf dem Immobilienmarkt für Verunsicherung gesorgt im ersten Schritt, zumindest für eine kurze Zeit. Verkäufer wollten keine Besichtigung in ihren Wohnungen oder Häusern. Käufer waren unsicher, ob sie sich die Immobilien noch leisten können. Diese Situation hat sich aber relativ schnell wieder aufgelöst. Schon im April haben wir eine ansteigende Nachfrage festgestellt und seit Mai bewegen wir uns auch vor Corona-Niveau. Gibt es in der Marktentwicklung je nach Segment Unterschiede, die zu beobachten sind? Also bestehende Immobilien- und Neubauprojekte, Mietobjekte und Eigentum? Wie sieht es da aus? Zu Beginn der Corona-Krise war der Markt insgesamt in einer Schockstarre. Für wenige Tage ging da sehr, sehr wenig und dann hat sich sehr schnell die Nachfrage gleichmäßig erholt. Wir haben keine Besonderheiten festgestellt, weder was die einzelnen Segmente angeht, noch in Bezug auf die Regionalität. Sofern wir über Wohnimmobilien sprechen, bei Büroimmobilien, Gewerbeimmobilien, war das zum Teil durchaus anders. Woran liegt es denn, dass der Immobilienmarkt trotz der Pandemie einfach nicht einbricht? Wir haben uns gewundert, dass eine ganze Reihe von Experten genau das prognostiziert haben. Wir haben das von Anfang an nicht geglaubt, denn für einen Einbruch am Immobilienmarkt müsste sich zum einen die Zahl der verfügbaren Immobilien schlagartig erhöhen. Auf der anderen Seite müsste die Nachfrage drastisch zurückgehen. Beides ist nicht passiert. Die Bundesregierung hat eine ganze Reihe von klugen Entscheidungen getroffen. Die Menschen konnten ihre Miete bezahlen, sie konnten ihre Darlehen bedienen. Das hat dazu geführt, dass aus der Corona-Krise keine Immobilienkrise geworden ist und wir sind sehr froh darüber. Wie nehmen Sie denn als Unternehmen die Marktsituation in der Corona-Krise wahr? Wie hat sich da die Nachfrage auch entwickelt? Ende März, Anfang April gab es natürlich auch bei uns kaum Neugeschäft. Wir haben in dieser Zeit stark profitiert von Geschäften, die wir bereits im Vorfeld angebahnt und dann realisiert haben. Denn es gab sehr, sehr wenig Stornierungen, allenfalls Verschiebungen. Und wenn man sich die Situation am Markt insgesamt anschaut, die Zinsen bleiben niedrig, Investitionen in Immobilien sind ein sicherer Hafen. Und das Auf und Ab, was wir da an den Börsen gesehen haben, das gibt es auf dem Immobilienmarkt so nicht. Und in der Zeit der Corona-Krise hat die Bedeutung des eigenen Zuhauses sicherlich nochmal an Stellenwert gewonnen. Das glaube ich. Sie haben in einem Online-Artikel mal darüber gesprochen, über einen Aufschub durch den Lockdown und einen Nachholeffekt. Können Sie das ein bisschen genauer erläutern? In der ersten Zeit durfte man ja nicht auf die Inseln fahren und auch Fahrten in andere Bundesländer waren zum Teil stark reglementiert. Das hat insbesondere das Geschäft mit den Ferienimmobilien deutlich erschwert. Da haben wir jetzt starke Nachholeffekte gesehen, insbesondere im Juli und August. Aber auch im Bereich der Erstwohnsitzimmobilien kam es zu Verzögerungen. Das hat sich alles in den letzten Wochen aufgelöst. Die Immobilienpreise sind ja in den letzten Jahren vor allem in den Metropolregionen stark gestiegen. Jetzt hat durch die Corona-Krise Homeoffice eine ganz neue Bedeutung bekommen. Sehen Sie dadurch eine Entwicklung, dass die Menschen vielleicht in Zukunft weniger stark in die Stadt ziehen und auch wieder vermehrt aufs Land? Es ist sicherlich zu früh, um hier schon von einem Trend zu sprechen. Aber tatsächlich würde uns eine solche Entwicklung nicht überraschen. Sofern die Immobilien nicht allzu weit von den Metropolregionen entfernt sind, könnten sie zu den Gewinnern der Krise gehören. Denn wenn man in Zukunft verstärkt im Homeoffice arbeitet, also vielleicht nur noch zwei oder drei Tage in der Woche ins Büro muss, dann hat dieses Thema Entfernung Wohnungen und Arbeitsstätten einen viel niedrigeren Stellenwert bei der Entscheidung für die Immobilie. Und ländliche Immobilien könnten genau davon profitieren. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt kommt eine meiner am häufigsten gestellten Fragen. Ist denn jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um zu verkaufen oder auch zu kaufen? Wenn Sie vor einigen Jahren gekauft haben, dann haben Sie jetzt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen schönen Gewinn gemacht, wenn Sie verkaufen. Also ja, es ist ein guter Zeitpunkt, eine Immobilie zu verkaufen. Es ist aber auch nicht zu spät, in den Immobilienmarkt einzusteigen. Die Nachfrage ist hoch, das Angebot ist weiter knapp und durch die verspätete Fertigstellung von einigen Neubauprojekten sogar besonders knapp. Wir rechnen mit weiter steigenden Preisen. Die Urlaubsaison dauert nach wie vor an und viele Menschen möchten ja aktuell auch nicht auf ihre Reise wirklich verzichten. Welche Entwicklung sehen Sie denn auf dem Markt für Ferienimmobilien aktuell? Social Distancing ist eindeutig auch im Bereich der Ferienimmobilien angekommen. Viele Menschen möchten auch im Urlaub auf die eigenen vier Wände nicht verzichten. Ferienimmobilien gehören ganz eindeutig zu den Gewinnern der Krisensituation. Das sind jetzt die Gewinner, wenn wir uns jetzt vielleicht auch nochmal Richtung Verlierer angucken. Es hat ja vor allem die Gewerbetreibung und Einzelhandel stark getroffen jetzt während der Krise. Wie ist da die Entwicklung im Immobilienmarkt, was die Gewerbe- und Büromobilien betrifft? Also man kann sagen, dass Corona die ohnehin schon vorhandenen Trends weiter verstärkt hat. Retail, Gastronomie, Hotel, das ist auch vor Corona schon nicht ganz einfach gewesen. Logistikimmobilien, Wohnimmobilien, speziell Ferienimmobilien profitieren aktuell. Und bei den Büromobilien muss man die Entwicklung abwarten. Wir hatten in Vor-Corona-Zeiten praktisch keinen Leerstand in den Metropolregionen. Büromietverträge laufen relativ lang. Auf der anderen Seite machen sich aktuell viele Unternehmen Gedanken darüber, welchen Büroflächenbedarf sie in Zukunft noch haben. Das wird mittelfristig nicht ohne Auswirkungen auf Auslastung und damit dann auch auf die Preise bleiben. Die Corona-Krise hat ja auch viele Menschen ihre Jobs gekostet und wird auch einfach wirtschaftlich ihre Folgen zeigen. Gehen Sie davon aus, dass das dann auch sich im Immobilienmarkt widerspiegelt? Deutschland ist im internationalen Vergleich ganz gut durch die Krise gekommen bisher. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Und wenn wir zurückschauen auf die Finanzkrise 2008, 2009, dann hat Deutschland davon eher profitiert. Es gab starke Wanderungsbewegungen, die für zusätzliche Nachfrage in Deutschland gesorgt haben. Aber auch die Binnennachfrage ist stark gewesen. Wir gehen davon aus, dass es auch in der jetzigen Situation so ist. Wir sind weiterhin optimistisch oder bullisch für das Immobiliengeschäft in Deutschland. Das heißt, zusammenfassend gesehen ist der Immobilienmarkt bis jetzt recht robust durch die Krise gekommen. Es ist absolut der richtige Zeitpunkt, nach wie vor zu kaufen oder verkaufen. Und wir schauen recht positiv in die Zukunft. Das hätte ich nicht besser sagen können, Frau Israel. Dann vielen Dank für die Einblicke und auch Ausblicke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.